und hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play magic 2 mit mittel 26 mit den captain noch mal ordentlich war geld geld ist wichtig und da sind noch ihr fall doch wie die fliege gibt noch mal geld alles klar noch einen ja bevor ich das jetzt mache lieber noch mal wenn wir hier haben erledigt was gibt es hier irgendwie am wasser entlang bestimmt kann man hier noch irgendwas entdecken gibt es bestimmt irgendwas nach hier gibt es noch die burg ein schwert darüber einmal rüber hüpfen wunderbar scheiße das schwert bewegt sich nicht kriege ich noch nicht raus rufen wir zurück und da hinten sind noch hier gegenstand was machst du denn hier hinten schriftgelehrt hallo will nicht mit mir reden gut da ist eine einsame kiste aber da hinten hallo ach mist na gut ein kleines schild plus acht rüstung alles klar großes schild ach der hat sogar ein bogen hier hier ist aber auch nur so ein bogen also nichts besonderes du kannst die kräuter hier drüben reinpacken vollbracht dort machen wir einen blauen noch ein blauer es hat geklappt so ich weiß nicht na gut ich weiß nicht noch ein großer starb nicht identifiziert plus drei na gut ach schmugglerbuch das dauert fünf tage um in die schmugglerbuch zu reisen na gut vielleicht finden wir ja da gleich was wenn wir da ankommen sind wir bestimmt auch wieder regeneriert machen wir wo ist das doch nein nein will ich nicht das hier oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh jetzt kommt hier das fehlt doch komm mir jetzt an oh scheiße hier oh ey das gibt's doch nicht ey wird man hier einfach weggemoscht oder was ne äh ey da sind noch mehr oh scheiße man wo bin ich denn jetzt hier uuuhh leute ja das gibt's doch nicht man kommt hier an und wird erstmal voll angeflaunt nein ich will zu denen auch nicht die ich will da vorne da vorne ist ein Siedlung ja da sind wieder Freunde Freunde was haben wir hier einen was die Quelle trinken befrischend 20 Zauberpunkte wieder eingestellt ok da gibt's Zauberpunkte oh hallo schön dass du da bist expert zum Meister ah ich bin in der Schmugglerwucht ok willst du etwas kaufen ne ich will die Sachen nicht mehr kaufen oder hast du irgendwas tolles ich hab aber irgendwie ne was Keulen hier ein Hammer eine Rondra-Kamm nö nö nichts besonderes zum Reparieren habe ich auch nichts bis bald ich hatte nur den Eindruck ich muss irgendwann auch reparieren gomme die Zahlen governowanne für 5 ok zimmer mieten für fünf wir haben noch neun geworden ich glaube mal ich kann hier auch noch mal so erst mal rüber gehen 20 stadt das ist nicht schlecht willst du eine weitere lektion hallo wie geht's hier lichtmagie lichtmagie ist die mächtigste form in der nähe vom tempel der orten der faust gewidmet ist ja in der nähe ist ein tempel der der orten der faust gewidmet ist ich habe einmal selbst zu diesem orden gehört aber sie haben kürzlich einen mächtigen bösen kristall entdeckt sie hoffen über diesen kristall mit dem tempel von bar ins geschäft zu kommen ich möchte nicht sehen wie dieser kristall in bars hände fällt er muss zerstört werden bitte infiltriere den tempel und zerstöre den kristall alles klar können wir die helde heilung ich mache einfach hier schnell besser als wenn wir jetzt schlafen gehen einen schönen tag so hallo wie geht's und was hast du zaubermeisterin anschließen 2020 prozent des goldes für vier punkte waren schön dass du da bist ich habe gehört dass man einen großen alten drachen erschlagen muss um vom kreuzritter zum helden befördert zu werden kein wunder dass es so wenige helden die kirche des mondes die kirche konzentrierte sich auf die verehrung des himmels der konflikt zwischen den kirchen der sonne und des mondes war sinnlos und überflüssig wir können von glück sagen dass beide vernichtet wurden da gibt es nicht schön dass du da bist zweifelhafte geschäfte unbehaglich mit kriminellen geschäft zu machen ich weiß dass sie geld gestohlen haben aber was soll ich dagegen tun das gefängnis bleibt echten schwer verbrecher einen wiederholungstäter vorbehalten ich sage bringt arcibald und seine gute alte exekution zurück könig roland ist zu weich genau wie sein regent okay ein agent was macht er zehn prozent bonus auf alles gold was du gefunden hast und der will fünf wie geht's wie geht's du kannst noch das schild hier verkaufen stahlkettenrüstung das charisma das kälte schutz fraktion intellekt intellekt und charisma wer braucht denn sowas wer braucht denn schon beides leder der magie plus ein zauberpunkt ist das schön vier um gottes willen gut ist demnächst da kommen noch da kommen gerade leute so erst mal sehen du sollst mich in ruhe lassen junge ey diese ollen Typen da echt da kommen noch mehr jetzt da kommen wir zaubert alles klar ihr zaubert und ich schieße auf euch gut und noch ein medizinmann medizinfrau gut weg ist er kannibale hey hey so muss er sein kommt in eine richtige ladung kopfgeldjäger na gut dann da ist da ist nämlich die zieht man hey hey okay das wird langsam eng hier na oh jetzt umzingeln sie mich auch noch noch und weg nicht da drüben rein oh oh jetzt aber ab in den tempel komm scheiße das ist der tempel können wir dir helfen ja ihr könnt mich heilen danke ein schönen tag ich habe ich nicht ne ich habe niemanden umgebracht oder ich habe niemanden umgebracht haben die irgendwen umgebracht ich hoffe nicht da drüben gibt es Kräuter hier liegen aber viele rum ganzer kannibalenstamm so was haben wir jetzt hier schönes eine kiste leiche okay ich speichere ab bevor irgendwas passiert hier denn das schale kocht ah drei nahrung und ich kriege einen ring den ich hier erstmal Boden lege kocht das nicht leer und eine kiste aber die ist gut gefüllt jawohl hat sich gelohnt leute was haben wir hier eine armbrust verkaufen ein schild großes schild plus vier rüstungsklasse sehr schön das haben wir für ein schild plus 9 sehr gut kannst du kriegen ein breitschwert 3 4 plus 4 aha zu verkaufen aha eine armbrust 4 2 plus 3 todesarmbrust 4 mal 2 plus 3 alles klar also das hier sind 5 mal 2 plus 4 dieses schwert hat 3 4 plus 4 und das hat 3 3 plus 9 ich weiß nicht ach den dreizack gut plus 7 ich glaube du kannst weg du kriegst plus 13 ihr könnt hier hingehen so ich weiß nicht ein amulett muss man auch noch entdecken erst den stoffhut brauchen nicht dumme armbrust noch ein dummer armbrust ein dummes schwert ein dreizack ah ja gut kann weg amulett ein glitzerring also nichts besonderes und hier ist auch nichts besonderes was hast du achter schild das ist ein neuner schild alles klar so so kann man das im prinzip auch machen dann haben wir diesen bereich hin nämlich und die sind oh da sind eine ganze menge und jetzt kommen die auch noch rüber oder was nee lass das mal Leute ihr sollt nicht ständig rüber kommen zu mir können wir dir helfen ja komm heilen 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 einen schönen Tag so Segen und das und das war oh und oh Mann wow es hilft es hilft so weg sind sache ihr könnt hier die leute so belästigen nervt nämlich dass ihr die leute so belästigt wie vieles haben wir denn eigentlich wo geht es hier eigentlich da geht es wahrscheinlich runter komme ich wahrscheinlich nicht zu allen fest zurück nehme ich an ja da will ich aber nicht lang ich gehe jetzt mal hier entlang war hinten war nämlich auch noch jede menge können wir die nämlich auch noch weg holzen wie sieht es eigentlich aus haben wir langsam mal wieder fahrungspunkte gesammelt ich habe brauchen wir noch ewig hier jetzt da drüben sind wieder ganz viele leute so was haben wir jetzt gesammelt da ein medizinmann genau ja ist ja schön dass ihr Kaunibale Kaunibale KUBA A A A A A A A A A Oh ja, ist er gut. Oh, wirklich tot. Nein, der Flötenspieler. Will er mich auch töten jetzt, oder was? Oh, verdammt. Jetzt ist aber übel. Können wir dir helfen? Ja, kannst du... Ein schönen Tag. Hey! 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 Gut! Und... Hey! 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 da gibt es eine truhe und da gibt es gold das hat sich gelohnt sich jedenfalls gelohnt wochen einsammeln auf jeden fall haben wir so viel geld gemacht dass wir noch mal kurz zurückgehen können wir gehen in den heiltempel wieder rein und lassen uns voll heilen was du siehst ist alles was ich habe kannst die sachen kannst auch das alles verkaufen hier gut willst du auch haben gut mit so etwas kann ich nichts anfangen kommt bald wieder vielen dank das ist die schenke willst du etwas kaufen machen schmied so 37 bis bald muss der rest jetzt können wir dir helfen danke einen schönen tag hätten wir doch immer gerne auch da drüben ist er wie geht es wie geht es und weg damit bis demnächst dann knochen 1 knochen zwei kriegt er kommt mir da lang nach dass das igler ist ausgelaufen okay ja zu damals zu zeiten von magic 1 und 2 hieß das noch wizard und eagle und so weiter also und hier was gibt es hier da gibt es aber ja da drüben sind auch leute untergebracht die alles flippen und da ist irgendeiner der zauber oder wechseln zauberer hier zieht man so hier 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 Achtung! 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 Ey, Mann! Ihr lauft auch doof, wisst ihr das? Kröte-Echsen-Zauberer ist auch weg. Also... Hilfe! Och, das dauert wieder. Also diese Heilzauber, dass die nicht besser werden, ne? Gut. So. Hopp! Und... ... 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